Willkommen zurück zu Let's Play That's Place. Das allererste, was wir machen werden. Gucken wir, ob der Anzug 3 fallen ist. Nein. Ja, doch auch. Ich guck mal, ob ich den... Natürlich, da hast du schon geholt. Ja, bereits im Momentar habe ich bereits. Ich weiß nicht mehr, wer es gesagt hat. So, des Weiteren werde ich jetzt das Impulsgewehr verkaufen und vor allem den Ripper verkaufen, denn ich halte mich an die Tipps von Konstantin 72, was, ja, die ihr gleich erfahren werdet. Also, ich glaub, das macht Sinn, was er sagt. Ähm, save. Wie sieht das mit Medipex? Ja, ja, das letzte Mal ja noch geschockt und haben hier ganz viel. So, und zwar werde ich mir keiner, äh, werde ich mir... Oh, verdammt. Äh, Plasmaenergie holen. Ruhig, dass ich genug hab. Dann gucken, ob ich, äh, 17, ja, 25, 17. Ich hab' ich mir noch verholen. So, und jetzt werde ich mir ein paar... Nein, nein. Falsch. Wo ist es denn? Hä? Da. Energieknoten. Nein, nur zwei, okay. Denn ich werde ein bisschen auf die Tipps von meinen Abonnenten hören. Ich hab' keine Waffe. Ja, da. Und zwar soll ich zuerst doch, ähm, ihn hier aufwerten. Ist auch gar keine so schlechte Idee. Und dann des Weiteren, ähm, diese Waffe. Andere Waffen brauch ich eigentlich nicht, da hab' ich... Hat er auch eigentlich ganz recht. Achso, Moment, ich muss das ja aktivieren. Okay. Ähm, egal. Auf jeden Fall fangen wir jetzt an, machen wir jetzt weiter. Wir rüber. Sämtliche Luftschächte werden geflutet. Stickstoff- und Sauerstoff-Sättigung werden wiederhergestellt. Abschottung des Lebensmittellagers aufgehoben. Okay. Ah, viel Spaß. Oh, leck. Oh, leck. Geht das mit den FPS-Einbrüchen wieder los? Hoffentlich nicht. Ich hab' gerade eben meinen PC neu gestartet. So. Los geht's. Oh. Logbuch der Hydro-Station. Hier spricht Dr. Cross. Ich kann kaum glauben, was ich hier sehe. Das ist verrückt, total verrückt. Ich werde jetzt zum Schwerfdeck gehen. Angeblich kommen alle Überlebenden dorthin. Jacob, ich warte da auf dich. Hi. Das sieht wirklich aus. Unbekanntes Antigen ins Filtersystem injiziert. Okay. Das mag das Zeug ganz eindeutig nicht. Du hast es weggebrannt. Das Gift war nicht stark genug. Es lebt immer noch. Rein da und mach es unschäblich, bevor es das ganze Schiff kontaminiert. Ja, ich sicher. Das ist ja auch kein Problem. Dann machen wir das mal. Hm. Das hat sich schon genährt. Anscheinend haben das schon vor mir welche versucht. Wie ich das sehe. Na gut. Entritt Schwerelosigkeit. Was ist denn das? Das Gegner? Ich glaube, du hättest es sein. Das ist denn das Gegner? Ich muss die Dinger treffen. Scheiße. Ah, fuck. Okay. Okay, das wird ein großer und böser Fight. Kann sein, dass du direkt in die Mitte da was reinschmeißen musst? Nein. Ich muss die gelben Dinger abschließen. Die einzelnen Arme haben. Ich muss jetzt noch mein Leben aufpassen, obwohl das ist noch gut. Habe ich den Arm? Der Arm ist weg. Was ist das? Du kommst auch da lang. Das ist ja nett von dir. Ja, aber kalt, jetzt hab ich mich nochmal erwischt. So, äh, deine Energie. Oh ja, hab ich schon aufgekühlt. Äh, komm raus da. So, aber ich glaube, das war's noch nicht, oder? Da kommt noch einer. Ich glaube, da muss ich noch rein. Ich habe hier nichts mehr zu werben. Da hat doch nichts. Uah. Okay. Okay. Ich habe nichts mehr zu werben. Ich wusste nicht, dass jetzt so'n großer Fight kommt. Ich habe nichts mehr zu werben. Ich habe nichts mehr zu werben. Okay, das ist verloren. Ich glaube nicht. Weiß ich noch nicht. Ich glaube, ich habe jetzt verloren. Oh Mann! Hat er wieder gerade zum Ding gespielt, zum explodieren? Nö, das ist nicht... Duah! Scheiße! Deine Hälfte! Na Mensch, ey! Ja! Ja! Ist vorbei, Leute! Das war's! Kann mich nicht sterben lassen! Töte mich, mein Liebes! Was? Krass! Krass! Gut! Wir werden also nochmal... Lecker! Wir stehen nur noch... Oh, nee! Hör mal! Na gut, okay! Mehr Money! Ja, nicht nur mehr Munition, ob wir auch einen Plan... Aber... Man weiß jetzt nicht... Moment... Ich geh erstmal zurück... Ähm... Ja, ehrlich gesagt... Ich weiß nicht genau, was ich machen muss... Ich glaube, du solltest dir diese Dinge aufheben... Die explodierenden... Ja, aber... Ich weiß nicht worauf... Ja, damit du wieder reinschießen kannst... Ja, das Problem ist... Die kommen ja nicht bis dahin... Weil der schießt ja immer wieder was raus... Und das explodiert dann schon vorher... Hä, aber du hast zuvor auch die ganze Zeit reinschießen können... Nein, das ist ja vorher explodiert... So... Ich jetzt überlege, wieviel Schuss sind das jetzt... Was hier noch was in deinem... Im Lager? Nein, hab ich nicht... Und äh... Energieknoten irgendwas vielleicht... Aber es bringen mir die Energieknoten... Ach, boom! Hat die Fresse! So, äh... Wir versuchen zu einer heute... Hast du schon gemacht? Nein, ich weiß... Ich wollte nur, ob ich nochmal aktivieren kann... Eintritt Schwerelosigkeit... So, ja... So, ja... ... Kannst du... Dem nicht ausweichen? Nein! Ich kann nicht springen, Schatz... Das Spiel kann man nicht springen! Nein, da... In diesem tollen... Ach so... Au! Ist das wirklich mal... Was gemeint! Das weiß ich nicht... Ich hab's noch nicht... Nachwuchs zu berühren... ja ein bisschen zu nah ran oh scheiße ein bisschen Das gelbe vom Ei. Scheiße. Ja, das wird sich nicht mehr machen. Das kannst du ja auch gucken.